Mit Papadina Frantzen aus Deutschland, Nadia Warsinski! Mit Papadina Frantzen aus Kanabu und in Berlin, Gürssel Rommel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Papadina Frantzen aus Kanabu und in Berlin, Gürssel Rommel! Und jetzt am 4. Finale für Frauen mit 61 Kilo auf der Matte 3! Mit Max Tüdo Hansen aus der Mongolei, Selbstverbundungssächer! Und mit dem blauen Tüdo Hansen aus Deutschland, Vivian Herrmann! Tschüss! SchCapit! Vielen Dank.